In diesem Video geht es um die besten Dekopiersägen. Der Qualitätssieger in unserem Dekopiersägetest geht an die Schepach Dekoflex. Sie ist mehr als eine Dekopiersäge, denn bei der Dekoflex ist eine zusätzliche biegsame Welle mit Bohrfutter für das professionelle Nacharbeiten der eigenen Schnittteile im Lieferumfang enthalten. Mit 1650 bis 4800 Umdrehungen pro Minute und den passenden Aufsätzen werden Schnittkanten geglättet, Grate entfernt und Oberflächen poliert, selbst das Gravieren ist möglich, ohne ein weiteres Gerät anschaffen zu müssen. Ein Schnellspannsystem erleichtert das Auswechseln des Sägeblattes. Die Sägeblattaufnahme erlaubt ein Einspannen von Sägeblättern mit oder ohne Stift mit einer Sägeblattlänge von 127 mm. Auch das Verwenden eines Rundsägeblattes ist möglich. Mit einem gut erreichbar angebrachten Drehregler lässt sich die Hubzahl von 550 bis 1600 Umdrehungen pro Minute variieren für individuelle Geschwindigkeiten des Sägeblattes und bessere Ergebnisse. Durch ein Winkelmaß an der Tischunterseite kann die Tischneigung exakt eingestellt werden. Bis zu 45 Grad Neigung ist möglich. Damit lassen sich nicht nur gerade und runde Schnitte in Holz, Kunststoff, Metall, Gips oder Plexiglas machen, sondern auch individuelle Winkel. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Shepach Deco XL. Die Sägeblattaufnahme erlaubt ein Einspannen von Sägeblättern mit oder ohne Stift mit einer Sägeblattlänge von 127 mm. Auch das Verwenden eines Rundsägeblattes ist möglich. Ein Schnellspannsystem erleichtert das Auswechseln des Sägeblattes. Die maximale Schnitthöhe beträgt 50 mm bei einer Tiefe von maximal 406 mm. Mit beiden Händen am Werkstück und ein wenig Übung wird das Führen des Werkstückes kinderleicht. Mit Hilfe des Fußschalters am Ende des 130 cm Kabels wird das Sägeblatt bedient und die Geschwindigkeit geregelt. Durch ein Winkelmaß an der Tischunterseite kann die Tischneigung exakt eingestellt werden. Bis zu 45 Grad Neigung ist möglich. Damit lassen sich nicht nur gerade und runde Schnitte in Holz, Kunststoff, Metall, Gips oder Plexiglas machen, sondern auch individuelle Winkel. Bei geringerem Hub, also langsameren Schnitten, kann es vorkommen, dass die Sicht durch Späne behindert wird, die nicht komplett aus der Schnittfläche entfernt werden. Da kommt das Gebläse ins Spiel. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Dekopiersägetest ist die Dremel MS20. Die Dremel Dekopiersäge ist eine kompakte, benutzerfreundliche Dekopiersäge für Präzisionsschnitte in unterschiedlichsten Materialien. Mit den verschiedenen Sägeblättern kann die Dremel Dekopiersäge unterschiedlichste Materialien problemlos bearbeiten. Aufgrund der abnehmbaren Laubsäge kann das Gerät nicht nur stationär, sondern auch als mobiles Handgerät eingesetzt werden. Diese benutzerfreundliche Dekopiersäge lässt sich nicht nur einfach aufbewahren und einstellen, sondern auch sehr leicht bedienen. Keine andere Dekopiersäge ist benutzerfreundlicher als die Dremel Dekopiersäge. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.